So, herzlich willkommen meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Semester im Sezierkurs der Anatomie Innsbruck, also sprich das Modul 2.01 Anatomie Teil 2. Die Studierenden kennen das ja bereits und nur damit am Montag zur Vorbesprechung dann alles reibungslos funktioniert und Sie ab Montag eben voll den Mutes und voller Freude in den Sezierkurs starten können. Heute nur eine kurze Einführung. Ich werde am Montag dann ab 8 Uhr nach der Begrüßung von der Frau Professorin Helga Fritsch eine weitere Einführung geben, aber heute eben ein kleines Video nochmals zur Einführung, dass Sie sich eben in Ruhe anschauen können, damit Sie eben nicht gestresst sein brauchen und dann einfach in den Sezierkurs starten können, können klarerweise. Prinzipiell haben wir aufgrund der Corona-Pandemie auch erneut dieses Jahr ein Wegekonzept. Das heißt, Sie dürfen das Haus nur über einen Eingang betreten und über zwei andere Ausgänge verlassen. Ich würde Sie bitten, das einzuhalten, ansonsten wird die Frau Professor relativ schnell ungut und vielleicht wird sie dann auch ihre Stimme erheben. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal ganz schnell die Kamera, wenn ich das hier schaffe. Gut, scheint da während den Filmen relativ schwierig zu sein. Geht nicht gut. Dann kurzer Schnitt. So, zack, da sind wir wieder live hier im Garten. Heute grenzgeniales Wetter hier in Innsbruck. Hoffen wir, dass das am Montag auch genauso gut sein wird. Hier der schöne Garten. Auf jeden Fall, ich befinde mich hier im Garten hinter dem Haus, sprich an der Nordseite. Wir sehen hier Pharmakologie und die alte Chemie. Hier das Gebäude der Gerichtsmedizin. Dann schreiten wir voran hier, zack, durch die Bäume hindurch. Sie sehen, hier die Handwerker, die füllen wir nicht mit. Hier das Gebäude der Pathologie und der Gerichtsmedizin. Und dann sind wir hier am Nordeingang des Hauses. Das heißt, Sie bekommen hier dann auch Ihre Schlüssel. Deswegen steht hier auch wunderschön geklebt von der Frau Barbist Eingang für Studierende. Und zur Schlüsselausgabe kommen Sie dann auch hier herein, betreten von hier das Gebäude. Hier heilt es sehr schön, wo eben unsere wunderschönen Fresken sind. Und die Gedenktafel als Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes. Auf jeden Fall werden dann ab hier die Zeiten, blende ich Ihnen dann gleich ein. Hier wird dann auch die Schlüsselausgabe stattfinden. Bringen Sie bitte 30 Euro Kaution genau mit. Und dann erhalten Sie Ihren Spinschlüssel. Dann gehen Sie hier weiter. Und hier Richtung Kapelle im unteren Stock. Oder halt halb unteren Stock. Hier sind dann die Umkleidekabinen für die Damen. Hier werden noch letzte Renovierungsarbeiten durchgeführt. Und dann hier ist die Tür. Die ist heute verschlossen. Wird ab Montag dann aber für Sie geöffnet sein. Also hier Umkleide der Damen. Hallo Lars. Und Professor Klimaschewski, den verfolgen wir auch noch. Der wird Sie dann auch ab Montag im Sezirkus begleiten. Und dann hier geht es dann weiter. Hier begrüßt Sie dann das Neugeborene. Keire auf Griechisch, ja genau, auf Griechisch. Und dann geht es hier weiter. Hier die Herrentoilette. Und dann schreiten Sie hier voran. Eingang Saal Ost. Und dann hier weiter der Eingang zum Saal Mitte. Da findet aber heute ein OP-Kurs statt. Werden wir nicht reinschauen. In der Zwischenzeit aber hier unterhalb der Stiege des Hörsaals. Kurz vor dem Ausgang. Und das ist der vorher schon angesprochene Ausgang für Studierende, den Sie unbedingt einhalten sollten. Also hier geht es dann für Sie von Anatomie wieder nach draußen. Und hier unten befinden sich dann durch diese Tür die Umkleiden für die Herren. Hier ist übrigens der Kaffee Atomat. Da werden Sie mich oder auch meine Mitarbeiter gelegentlich finden, wenn wir nicht gerade im Saal damit beschäftigt sind, sie zu quälen. Hier noch einmal zur Info. Auch Saal Ost und Saal West betreten bitte diese Ziersäle immer über diese Eingänge, da die Seiteneingänge immer verschlossen sind. Das hat eben nichts damit zu tun, dass Sie da nicht rein können, sondern ganz einfach aus Sicherheitsgründen sind eben diese Türen immer verschlossen. Die lassen sich dann nur mit einer Mitarbeiterkarte öffnen. Hier am Ende des Ganges Richtung Ruhezeingang oder Ausgang befindet sich dann auch die Damentoilette. Und da an diesem Eingang, Ruhezeingang, sollten Sie weder rein noch raus gehen. Okay. Wir schauen dann schnell in den Saal West. Da sehen Sie da, damit die Tür aufgeht, die ist verschlossen. Brauchen Sie so eine tolle Karte, wie ich sie besitze. Und dann geht es hier in den Seziersaal hinein. Sie sehen, alles dunkel. Neueste Technik montiert, 65 Zoll Monitore, wo wir Ihnen dann entsprechend auch die Präparationen vorzeigen werden. Also live, immer für jeden Tag. Kurz vor Beginn des Sezierkurses erhalten Sie hier eine Einweisung. Ich schalte nur noch schnell das Licht ein. Gut, Sie sehen, die Körperspenderinnen und Körperspender sind bereits aufgelegt. Und der Saal ist sauber, frisch gewinert. Aber auf jeden Fall sollten Sie da auch diese Sauberkeit belassen. Wenn Sie jetzt zum Kursstart hereinkommen, dann waschen Sie sich zu Beginn des Kurses nicht die Hände. Sie haben richtig gehört, nicht die Hände waschen. Ich hoffe mal, die Hände sind mehr oder weniger sauber, sondern Sie desinfizieren sie nur. Bis Montag wird da hier auch wieder Desinfektionsflüssigkeit zu finden sein. Das heißt, Sie kommen rein, desinfizieren sich die Hände, lassen Sie etwas trocknen, ziehen dann Ihre Handschuhe an und dann geht es los. Und im Saal wird bitte immer auf absolute Sauberkeit geachtet. Das heißt, sollten während der Präparation hier auf dem Boden etwaige Bindegewebes oder Hautreste oder was auch immer landen, bitte die zu Kursende aufheben oder am besten gleich sofort in eine von diesen Schüsseln geben. Diese Schüsseln sind dazu, die Materialreste, die Körperreste, die anfallen, aufzufangen. Und dann befinden sich in jedem Saal ein oder zwei Behälter. Das sehen wir hier am Ende des Saales, wo dann alle Reste der Körperspenderinnen und Körperspendern hineinkommen. Das ist der Behälter für die Reste und da in der Ecke, das ist ein Müllkübel. Und in einen Müllkübel kommen logischerweise keine menschlichen Reste, weil es ist ja nicht Abfall, sondern Reste eines Menschen. Okay, also in den Müllkübeln nur die Handschuhe oder was sonst an Müll anfällt, aber nicht in den Behälter für die Körperspenderinnen und Körperspender. In diesen Bottichen, die sind immer neben den Waschbecken orientiert, finden Sie dann eine entsprechende Befeuchtungsflüssigkeit, weil Sie das Präparat immer feucht halten müssen. Und hier nehmen Sie am besten eines von diesen vorbereiteten Leichentüchern, geben das in eine Schüssel und gehen dann mit der Schüssel in der Hand zum Bottich, nehmen dann die Flüssigkeit auf, damit das Tuch triefend nass ist, triefend nass, nicht nur leicht angefeuchtet, sondern triefend nass, tragen das zu Ihrem Körperspender oder zur Körperspenderin und befeuchten dann ausgiebig das Präparat. Und das machen Sie bitte mehrmals im Kurs. Minimum zu Beginn zweimal während der Kurszeit, wir präparieren heuer ja drei Stunden pro Gruppe, also am Anfang Präparat befeuchten, zweimal mindestens während der Kurszeit und wann noch am Ende des Kurses säubern Sie den Tisch, damit der Pipi fein sauber ist und befeuchten das Präparat, Folie wieder drauf, damit nichts austrocknet und dann sind Sie ready to go. So, noch etwas, Sie präparieren ja mit Pinzette und Skalpell. Die alten Skalpellklingen aber, aufgepasst, ohne die Verpackung dieser Klingen, also weder das Papier noch das Plastik, das sich um diese Klingen befindet, kommen in diesen Behältern, in diese Behälter hier, kommen ausschließlich die Klingen. Nicht der Müll oder die Verpackung der Klingen. Die Verpackung der Klingen, Sie ahnen es schon, die kommt wohin? In den Müllkübel, auch nicht in den menschlichen Restbehältner, sondern nein, in den Müllkübel. Das, Sie werden vielleicht jetzt lachen, aber es ist noch kein Jahrgang vorübergezogen oder war noch kein Jahrgang hier an der Anatomie, der es geschafft hat, dass in diesen Behältern wirklich kein anderes Ding drinnen ist, als eine Skalpellklinge. Das schaffen irgendwie, warum auch immer, die Menschen nicht. Sollten Sie das heuer schaffen in Ihrem Saal, bin ich offen, Ihnen eine Runde Getränke in Bugatti auszugeben. Aber da habe ich nicht so Angst, weil irgendwie schafft es immer irgendjemand, da irgendwelche Papierfetzen oder Plastikteile hineinzutun. Ansonsten finden Sie in jedem Saal so einen Schrank. In der Saalmitte haben wir keinen Schrank, aber dort haben wir einen obercoolen Wagen, wo eben das Instrumentarium, das Spezialinstrumentarium, wenn Sie so wollen, liegt. Hier heute sieht man vorbildlich aufgeräumt. Aufgeräumt herrscht hier das blanke Chaos, aber Sie können sich sicher sein, dass ich spätestens am Montag dann die Leute darauf hinweisen werde, dass hier absolute Ordnung zu herrschen hat. Und entsprechend sollte Ihr Gruppenleiter oder Ihre Gruppenleiterin irgendein Spezialinstrumentarium brauchen, wird das dann so ablaufen, dass dies von Ihnen dann gereinigt wird, weil wir brauchen es ja für Sie und nicht für uns selber. Das wird von Ihnen gereinigt, auch nicht von den Tutorinnen und Tutoren, sondern es wird von Ihnen gereinigt und dann wieder ordentlich veräumt. Gut. Ansonsten, noch einmal zur Wiederholung, im Seziersaal selbst herrscht FFP2-Maskenpflicht und Sie sollten für die Präparation Handschuhe verwenden und auch ganz wichtig, Sie erscheinen bitte pünktlich zum Sezierkurs. Also bitte nicht irgendwann auftauchen, weil Sie verschlafen haben oder noch in der Bibliothek waren oder noch einkaufen mussten, sondern Sie sind in der Frühgruppe. Um 11.15 Uhr sind Sie ready to go an den Tischen. Was heißt ready to go? Die Hände sind desinfiziert, die Handschuhe sind angezogen und die Skalpelle sind bespannt. Sie stehen an den Tischen und sollten zu arbeiten beginnen können, nicht erst um 11.15 Uhr reinstürmen in den Saal, sondern Sie sind um 11.15 Uhr ready to go an den Tischen. Nachher, sobald der Kurs zu Ende ist, also einmal für die Frühgruppe, ist das 14.15 Uhr, für die Spätgruppe 17.45 Uhr. Selbstverständlich, weil ich es nicht gesagt habe, auch die Spätgruppe ist bitte um 14.45 Uhr pünktlich im Saal und nicht erst um 15 Uhr. und dann verlassen Sie nach der Kurszeit oder nachdem der Kurs zu Ende ist, bitte gesiektet den Saal und Sie hinterlassen einen sauberen Arbeitsplatz. Der Tisch ist sauber, das Präparat ist befeuchtet und es gibt kein Müll und keine Reste, die am Tisch herumliegen oder noch schlimmer, am Boden herumliegen. Sonst werden wir Sie zum Nachputzen oder Ähnlichem einteilen. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt das Wichtigste gesagt, der Rest kommt dann und sollten Sie noch Fragen haben, dann am Montag ab 8 Uhr früh gibt es dann die Einführungsvorlesung im Hörsaal Anatomie. Ansonsten, glaube ich, werden wir auch heuer, trotz leider Gottes wieder zweigeteilten Kurs wegen Corona. Ich persönlich war ja nicht so dafür, aber kann ich leider auch nicht alles machen oder alles beeinflussen. Auf jeden Fall, es wird sicher eine coole Zeit. Sie werden sehen, es ist die beste Zeit im Studium. Sie werden noch nie so viel lernen und auch noch nie so viel ausgehen und sich untereinander näher kennenlernen, nachts um halb drei. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, aber auch insbesondere Ihnen, eine schöne Zeit und bis Montag. Tschüss, Baba, out. Tschüss, Baba.